Spielen tun nur Kinder. Das war vielleicht früher so. Gesellschaftsspiele sind wieder im Trend. Viele entdecken das Spiel am analogen Brett wieder für sich. Entsprechend gibt es immer mehr Spieler, aber auch immer mehr Spiele. Eines der beliebtesten ist die Siedler von Katan und sein Autor, Klaus Teuber, ist einer der bekanntesten Autoren in Deutschland. Ganze Events drehen sich schon um die Welt von Katan, wie hier beim Katan Big Game Event 2015 in Essen. Das Katan Big Game ist wirklich das größte Spiel, was es so gibt. Und wir haben versucht, den Weltrekord zu brechen von den meisten Spielern, die gleichzeitig in einem Raum dasselbe Spiel spielen, Katan. Und ja, das ist zum Spaß, aber wir haben auch den Weltrekord geknackt. Katan ist mittlerweile eine weltweit bekannte Marke und wird bereits in zweiter Generation geführt. Neben dem Katan-Erfinder Klaus Teuber sind seine Söhne Guido und Benjamin Teuber auch mit an Bord. Für Klaus Teuber stehen die Leute sogar Schlange, um ein Autogramm zu erhaschen. Er ist beliebt, bekannt, aber trotzdem bescheiden. Klaus Teuber weiß nämlich, dass der Weg zum Erfolg von Katan nicht selbstverständlich und nicht einfach war. Rostorf bei Darmstadt in Hessen. In dieser ruhigen Lage wohnt und arbeitet Klaus Teuber. Hier ist auch die Zentrale der Katan GmbH. Bei den Teubers wird man immer freundlich begrüßt. Der Keller des Hauses ist die eigene Schatzkammer und zeitgleich Lager und Archiv, in denen Klaus Teuber seine gesamte Spielegeschichte verstaut hat. Diese Geschichte begann recht früh. In meiner Kindheit, da gab es ein Spiel, das hieß Kampf Römer gegen Römer oder Römer gegen Katarger, genau. Habe ich hier auch irgendwo in der Ecke stehen. Und das waren so kleine Figuren, Römer und Katarger, und die musste man so tabletop-mäßig gegeneinander kämpfen lassen, man durfte ziehen und so weiter. Und da war ich so ein bisschen angefixt davon und habe dann selbst noch so kleine Figuren gekauft, habe ich oben noch in der Vitrine. Und später dann mehr natürlich, damals hat es nicht so viel Geld, da kostet es so eine Figur 75 Pfennig, das weiß ich noch, die war teuer. Aber da war ich so angefixt. Wir haben dann Regeln dazu gemacht und im Kinderzimmer dann mit Wollfäden haben wir dann Hügel und Berge und Flüsse und sowas. Und mit der Zeit ging das wieder verloren und Anfang 30 hat es mich dann wieder gepackt. Und es ließ ihn bis heute nicht los. Als Ausgleich zum Job als Zahntechnikermeister im elterlichen Betrieb wurde das Brettspielen zu seinem großen Hobby. Aber nur das Konsumieren von Spielen, das hat auf Dauer nicht ausgereicht. Ja, ich hatte einen wunderschönen Roman gelesen von Patricia McKillip, ist die Rätselmeister. Und das Buch hat mich halt sehr fasziniert und die Geschichte. Und ich habe dann eben den Wunsch gehabt, diese Geschichte, beziehungsweise einen Teil dieser Geschichte, eben das Rätselgestalten, das Rätselduell in einem Spiel wiederzuerleben, wieder erleben zu können. Und so kam ich dann irgendwo, ja, mal ganz jungfräulich zum Spielentwickeln und einfach aus dem Wunsch heraus, ja. Der Wunsch wurde Realität. Und bald hatte Klaus seinen ersten Prototypen vom Spiel Die Rätselmeister, das später Barbarossa und Die Rätselmeister heißen sollte, fertig. Das Entwickeln war bisher nur Spaß für ihn und quasi sein Refugium. Sein Rückzugsort, um vom Arbeitsalltag im Dentallabor abschalten zu können. Damals war es natürlich noch ein bisschen amateurhaft. Ich hatte eine Idee gehabt und die Idee war, ja, sagen wir mal, ausgebaut mit allen möglichen Dingen. Ich kann mich erinnern, weil Barbarossa, wo es ja letztlich nur darum geht, dass man mit Kneträtsel darstellt, gab es dann noch irgendeine ungeheuernde Mitte. Man musste mit Karommensteinchen noch schnipsen. Also je mehr ich da reinpacken konnte, umso besser. Und, ja, ich meine, heutzutage habe ich natürlich einen ganz anderen Zugang dazu, ja. Und dann geht es auch viel flotter. Aber es war viel Freude dabei, viel Spaß dabei damals. Und nur auf den kam es an. Einige Jahre entwickelte Klaus Spiele nur für sich und den Bekanntenkreis. Ich habe mich damit nicht als Autor gefühlt. Also es war ja Anfang der 80er, genau, als ich damit begann. Und ich habe das vier Jahre mal immer wieder mit Freunden gespielt. Und es war für mich einfach nur, ja, Spaß. Mehr nicht. Und dann war ich im Spielekreis Darmstadt. Den gibt es, nee, gab es damals auch nicht. Aber gab es noch einen Spielzeugladen. Und da habe ich mal gefragt, ja, was macht man denn so? Weil ich dachte damals, naja, die Verlage machen die Spiele. Autoren waren mir unbekannt. Und die haben mir dann geraten, das Spiel mal einem Verlag vorzustellen. 1986 in Göttingen beim Spielautorentreffen. Und keiner hat sich eigentlich für mein Spiel interessiert. Damals noch die Rieselmeister, heute war Barossa. Einem ist er dann aber zum Glück doch noch aufgefallen. Peter Neugebauers Interesse war geweckt. Mit ihm steht Klaus noch heute in enger Verbindung. Wenn man in Göttingen gewesen ist, ist man rumgelaufen, geguckt, welche Autoren sind da, die Bekannten, die noch Unbekannten, was haben die da so aufgebaut. Und dann hat man ja immer so im Augenwinkel gesehen, was wirkt interessant. Und sehr früh habe ich gemerkt, dass Klaus vor einem Spiel stand mit Knete, mit Kneträtseln, wie ich jetzt später wusste. Und das hat mich von Anfang an interessiert, aber fand ich überhaupt keine Zeit, zu ihm hinzugehen, mal zu fragen, wie es geht. Und das habe ich eigentlich ein, zwei Stunden, bevor die Veranstaltung dann am nächsten Tag zu Ende ging, und habe gesagt, da musst du unbedingt noch hin, dann bin ich zu Klaus gegangen und habe dann meinen Bruder, der damals in Göttingen wohnte, der auch dabei war, dazugeholt. Und wir haben eine erste Runde Barbarossa gespielt, Klaus, mein Bruder Michael und ich. Und ich war sofort begeistert, habe dann Klaus gefragt. Wir kannten uns ja auch gar nicht, ob es möglich ist, da ein Prototyp von zu bekommen, ob er den basteln würde. Und ich würde das gerne zu Hause spielen wollen und ausprobieren wollen. Und Klaus hat dann sehr schnell ja gesagt, hat aber gesagt, er müsste da die Entwicklungskosten oder die Bastelkosten für haben. Und er wollte damals 100 D-Mark dafür haben, weil damals die Farbkopien in dieser Größe für einen Spielplan noch so teuer waren. Ich habe gesagt, ja, das mache ich. Das Spiel hat mich so angefixt. Jetzt sage ich das zum zweiten Mal, aber es war wirklich so. Ich wollte das gerne im Freundeskreis auch zu Hause spielen und haben. Und ich habe es dann gespielt, getestet und so sind wir in Austausch geraten. Ich habe ihm Feedback gegeben, er hat Rückfragen gestellt. Und so fing damals 1986 eine Zusammenarbeit an, die bis heute anhält. Durch Peter Neugebauer lernte Klaus Täuber noch Wolfgang Lütke und schließlich Rainer Müller kennen, welcher als Redakteur bei Cosmos arbeitete. Alle drei waren fortan feste Wegbegleiter und dank Rainer Müller fand Klaus schließlich einen Verlag für sein Spiel die Rätselmeister. Ich hatte halt auf der Grundlage dieses Romans, wo es darum ging, dass Zauberer zuerst mal die Rätselkunst erlernen mussten und gegenseitig mussten so Rätsel lösen, kam ich halt auf den Knet als Rätselmedium. Und es hieß dann später Barbarossa, war aber dem Umstand geschuldet, dass der Verlag meinte, die Rätselmeister sind langweilig. Wir brauchen irgendwas, was ein bisschen peppiger klingt und hat dann Barbarossa vorgeschlagen. Ich konnte dann noch den Nebensatz und die Rätselmeister unterbringen und habe mir dann so eine abstruse Geschichte überlegt. Ja, der Barbarossa sitzt in seinem Küffhäuser da unten jahrzehnte, jahrhundertelang. Es klingt langweilig, er würde sich erfreuen, wenn irgendwelche Leute vor seinen Augen rätseln würden. Barbarossas Geschichte hatte offensichtlich genug Pep. Mittlerweile lief aber das Dentallabor des Vaters nicht mehr so gut wie früher. Zur rechten Zeit gab es dann eine Überraschung. Ja, das war ein Anruf. Ich saß in meinem Dentallabor und habe gerade einen Kronen und Brücken rumgeschnitzt. Und da kam ein Anruf, und zwar der Bern-Atole. Und er hat mich dann gefragt, war Barbarossa ihr erstes Spiel? Ist Barbarossa ihr erstes Spiel? Da habe ich gesagt, ja. Oh, dank Glückwunsch, dann spielt das Jahrespreis. Total aus dem Häuschen. Zudem damals das finanzielle Problem, wir ein großes finanzielles Problem auch hatten und Schulden und so weiter. Und das war natürlich toll. Weitere Preise folgten auf den Fuß. 1990 setzte sich Adi verpflichtet durch und 1991 wurde drunter und drüber ebenfalls mit dem begehrten Roten Pöppel zum Spiel des Jahres gekürt. Viele weitere Nominierungen und Auszeichnungen folgten. Da habe ich gemerkt, okay, ich habe da ein gewisses Talent dafür und es macht mir nach wie vor Freude. Aber ich musste weiter natürlich in den Dentallabor. Ich wollte nicht jetzt jeden Tag Spiele erfinden müssen, um davon leben zu können. Und die damaligen Spiele des Jahres, die ersten drei, die ich hatte, die waren am Anfang top und dann aber flop. Also Barbarossa war im ersten Jahr, ich glaube, 300.000 und die Läden waren so vollgestopft mit Spielen. Im zweiten Jahr war es null. Also wenn ich dann gesagt hätte, ich hänge meinen Job an den Nagel und mache jetzt nur noch Spiele, würde ich mich schlecht bekommen. Obwohl es so gut lief und Klaus Teuber schon einen gewissen Bekanntheitsgrad in der Szene erreicht hatte, war das Unterbringen eines Spieles immer noch keine Selbstverständlichkeit. Ja, wir hatten, also ich hatte damals ein Spiel, das war Vernissage, hieß noch der Pleitegeier damals. Und das hat sich verschiedenen Firmen angeboten und die wollten auch das Thema ändern. Also eine Firma wollte da was anderes draus machen, wollte ich aber nicht, weil gerade das Thema ging eigentlich ganz gut. Und dann haben wir gesagt, okay, wir machen das selbst, der Rainer Müller, ich und ich, mit dem ich damals sehr befreundet war, die waren heute auch noch und dann kamen Wolfgang Lütke und Peter Neugebauer noch dazu, die ich dann auch kannte von Göttingen beispielsweise, von dem Autorentreffen her. Und wir haben gesagt, okay, probieren wir das mal, machen wir mal eine kleine Firma auf, entwickeln Spiele. Das erste Mal, wie gesagt, war ein Nieser Arsch. Die Vierergruppe ging also mit Teuber-Müller-Spiele, kurz TM-Spiele, unter die Verleger und brachte ein paar Spiele heraus. Die Freundschaften bestehen bis heute und zusammenentwickelt wird immer noch. Also diese freundschaftliche Basis, dass es einfach Spaß macht, miteinander zu spielen, sich zu unterhalten, eine gute Zeit zu haben, auch was gemeinsam zu entwickeln, das ist nach wie vor so. Und das mittlerweile seit über 20 Jahren. Obwohl TM-Spiele recht erfolgreich war, stand der Verlag schnell vor einigen schwierigen Problemen. Das erste Spiel war ein Spiel von Klaus Teuber, das Spiel Verlissage. Wir haben TM 92 gegründet, 93 ist es erschienen. Hat dann auch, zu sagen, erster Anfangserfolg gehabt, also war ein deutscher Spielepreis, dritter Platz. Aber zu der Zeit, es gab kein Internet. Das heißt, Vertrieb war das größte Problem. Man muss einfach die Spieler und die Leute bringen. Wir haben für unsere Verhältnisse damals, also für damalige Verhältnisse, eine sehr hohe Auflage gehabt, nämlich 5000 Stück. Und wir waren ja ein Null-Verlag sozusagen. Also ein kleiner Verlag ohne Vertriebsstruktur ist eigentlich unmöglich. Und dann haben wir uns gesagt, okay, wir haben ja eine Menge Ahnung von Spiel. Wir können uns ja sozusagen als Legionäre verdingen. Und fragen wir mal Verlage, ob sie nicht Lust haben, uns für die Entwicklung einzustellen. Und da lernten wir Fritz Gruber kennen, der war damals bei Simba. Und so entstanden dann die Goldsieber-Spiele. Und wir haben ja alle Goldsieber-Spiele im Prinzip betreut bis 1997. Im Programm von Goldsieber waren natürlich auch viele Spiele von Klaus Teuber. Darunter auch einer seiner Lieblinge, Löwenherz, aus dem Jahr 1997, welches den deutschen Spielepreis gewonnen hatte und wohl nur deshalb nicht zum Spiel des Jahres wurde, da Mississippi Queen, ebenfalls von Goldsieber, diesen Preis abgeräumt hatte. Insgesamt war die TM-Spielegruppe bei Goldsieber sehr erfolgreich. Ihre Spiele waren immer wieder zum Spiel des Jahres nominiert und auch bei den vorderen Plätzen des deutschen Spielepreises dabei. Das begann bereits 1995 mit der Nominierung von Klaus Teubers Galopp-Royal zum Spiel des Jahres. Gewonnen hatte Galopp-Royal den Preis aber nicht, denn 1995 war ein ganz anderes Spiel von Klaus im Fokus. Katan, das Spiel, das jeder, der irgendwie mit Spielen in Berührung gekommen ist, kennt. Klaus Teubers Prototyp von damals war schon fast identisch mit dem eigentlichen Spiel. Er war mit diesen Prototypen schon äußerst zufrieden und fand das Spiel rund. Heute kaum zu verstehen, gab es damals aber sehr viel Gegenwind von den Verlagen. Veröffentlicht wurde Katan schließlich bei Cosmos, nicht bei Goldsieber. Das war im Grunde nur eine knappe zeitliche Entscheidung. Drei Wochen zu knapp gewesen für Goldsieber. Ich hatte das damals ja auch verschiedenen Verlagen angeboten und die einen haben gesagt, das ist zu langweilig. Also das kleine Häuschen, da kann man nichts mit anfangen. Also überlegen Sie sich mal bitte was anderes, Saurier oder Hochhäuser, irgendwas, wo man die Kamera drauf halten kann. Und ja, das wollte ich eigentlich nicht. Ich wollte es eben suchen lassen, wie es ist. Und dann hat Rainer Müller, mit dem ich ja auch befreundet bin, gesagt, du, wir malen das für Cosmos. Und Goldsieber hättest es zwei, drei Wochen später gemacht. Da wäre da die Entscheidung gefallen, aber nun ist es eben bei Cosmos gelandet. Pech für Goldsieber, Glück für Cosmos. Denn Katan wurde Spiel des Jahres 1995. Der Megadurchbruch war es noch nicht, denn vielen Spielern war es zunächst eine Spur zu schwierig. Ich hätte damit auch nicht gerechnet, dass es das Spiel des Jahres wird, weil ich dachte, naja, dafür ist es vielleicht ein bisschen zu komplex. Im Nachhinein war es das wohl nicht. Da gibt es verschiedene Gründe dafür. Aber ich glaube, es hat so ein bisschen die Tür für komplexere Spiele geöffnet damals. Und mit der Zeit wurde Katan richtig erfolgreich. Durch den Erfolg Katans war jetzt alles plötzlich ein bisschen zu viel. Also man konnte nicht auf der einen Seite Goldsieber betreuen und dann Katan bei Cosmos betreuen. Und ja, dann haben wir uns entschlossen, eben gemeinsam Redaktionen für Cosmos-Spiele zu machen. Und Cosmos hatte damals außer Rainer Müller niemanden Redaktionen. Und so haben wir eine Lücke gefüllt. Seitdem bis heute sind viele Spiele bei Cosmos entstanden. Die redaktionell von Klaus Täuber und den anderen der TM-Gruppe betreut wurden. Darunter Spiele wie Giganten oder auch Keltes. Die ersten Herr-der-Ringe-Spiele kamen ebenfalls bei Cosmos heraus. Auch sie wurden von TM-Spiele betreut. Und das im Jahr 2000, also noch vor den Kinofilmen von Peter Jackson. Natürlich brachte Klaus Täuber auch eigene Spiele bei Cosmos unter, wie zum Beispiel die neuen Entdecker. Aber Katan blieb nicht stehen, sondern wurde stets weiterentwickelt, was viel Zeit in Anspruch nahm. Die Katan-Familie ist seitdem gewachsen. Es erscheinen immer mehr Erweiterungen, Varianten und Auskopplungen und ein Ende ist bis heute immer noch nicht in Sicht. Das hat Klaus Täuvers Leben maßgeblich verändert. Nachdem ich gemerkt habe, okay, Katan wird ein dauerhafter Erfolg, weil normalerweise das Spiel des Jahres, zumindest die drei, die ich zuvor hatte, die hatten am Anfang im ersten Jahr einen Verkaufserfolg von 250.000 bis 300.000 Stück. Und dann im zweiten aber ging es bergab. Und bei Katan war es genau andersrum. Es waren im ersten Jahr, glaube ich, 250.000, dann stieg es aber von Jahr zu Jahr. Und dann habe ich gemerkt, dann in der 98, okay, davon kann ich leben und ich kann das jetzt tun, was ich wirklich gerne mache, nämlich Spiele entwickeln. Seit 1998 ist Klaus Täuber hauptberuflich Spieleautor. Das bedeutet aber auch, dass die eigene Existenz von den neuen Spielen abhängt. Unter diesem Druck müsste doch die Freude am Entwickeln leiden. Aber durch den Erfolg von Katan hatte ich diesen Druck nicht, weil es war genug dann im Hintergrund an Einkommen, dass ich auch durchaus mal vier, fünf Jahre hätte kein Spiel machen müssen. Aber natürlich habe ich mich um Katan gekümmert. Das heißt, die Ideen, die am Anfang angedacht waren, mit Drittern und andere Inseln entdecken, kamen dann in Erweiterung. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung. BR 2018